Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Back to School. Heute erfahren wir mal einiges über die Heilsteine oder besonderen Steinfunde in Zermatt und wie wir die in der heutigen Zeit für uns nutzen können, auch in unterstützenden Prozessen, Transformation, Persönlichkeitsentwicklung und was das Besondere in Zermatt eigentlich auch ist, was auch Afrika damit zu tun hat. Das sind alles spannende Themen, die wir heute besprechen werden. Bleiben Sie dran. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Bruno, du bist Leiter der Heilsteinschule in Schweiz. Ich freue mich sehr, dass du da bist und hast einen ehemaligen Schüler mitgebracht, auch Bruno. So schön und ihr habt beide wirklich so euer Herzblut in den Steinen. Du machst auch noch besondere, merkbar, geometrische Formen, würde ich sagen. Ja, genau. Zum Entstören von Räumen. Ja, oder energetisieren und harmonisieren. Harmonisieren, ja genau. Schön. Und jetzt Zermatt. Zermatt ist ja schon was ganz Besonderes. Ich liebe es ja auch. Ich könnte ja, ja, ich bin auch öfters dort. Ja, ich habe, letztes Jahr hatte ich eine Reise organisiert, da hoch. Geologische Reise hatte den Dr. Andreas Stucki als Geologe dabei, der uns da geführt hat. Und er hat gesagt, Zermatt ist interessant. Ich habe das nicht gewusst. Viele Zermatter leben ja schon auf afrikanischem Boden, weil da kommt wirklich Afrika und Europa so zusammen. Und da gibt es Gemische. Als ich das erste Mal da war vor zwei Jahren, da bergen, um die Steine zu erforschen, und da sage ich, Mensch, das zieht dir die Schuhe aus. Du findest in einem Tag mehr, als wenn du drei Tage sonst unterwegs bist. Die Verschiedenheit, wenn du da hochfährst mit der Bahn auf den trockenen Steg auf 3000 Meter, du läufst da runter zum Schwarze. Das ist auf dem Mars. Sowas gibt es nur auf dem Mars. Da wächst ja kaum eine Blume. Und du hast Grün, du hast Rot, du hast Weiss, du hast Orange. Komisch, Kupferbänder, so große, also das wirft dich. Und dann hast du den Neclocuita, den blauen. Da ist ja ein Museum und alles da. Das kannst du gar nicht erforschen. Eine Wanderung, wo du normal zwei Stunden Zeit hast zum Runterlaufen, dauert bei uns einen halben Tag. Und ich durfte Bruno Brändle, ich sage jetzt Bruno Vieres, der vierte Bruno in meiner Schule, mitnehmen. Er hat einen Virus eingefangen vom Stein, der ihn zum Schleifen, zum Schneiden und zum Veredeln brachte. Also er macht aus diesen Steinen, die wir hier finden, wie der Glau-Kopan-Schiefer mit Granat, schleift er wirklich so auf wunderbare Stücke. Und ich sage immer, wenn man einen Stein schleift, dann holt man sein Seelenleben hervor. Er spricht zu einem. Und dieser Stein, Glau-Kopan-Schiefer, auch er, sagt man, garantierte Veränderung. Also den stärksten Mann, den haut es um. Den haut es um. Weil die vibrieren, die gehen durch. Darf ich mal einen in die Hand nehmen? Hast du Glau-Kopan-Dette? Das ist ein grüner. Und die haben so eine Farbe da oben. Das ist unglaublich. Ich habe schon welche gefunden, aber im Ostatal, 40 Kilometer hinter dem grossen San Bernardino. Also das ist, der Stein ist entstanden, als Afrika auf Europa driftete. Und da gab es vorne die grosse Metamorphose. Da, wirklich, wo Europa und Afrika zusammenputschten. Und da gab es einen riesen Druck. Druck, aber die Hitze kam nicht hoch. Also es war eine Hochdruckmetamorphose, aber die Hitze blieb unten, sonst wäre das alles aufgeschmolzen. Und Damen und Herren, es ist so, wenn Sie einen Stein aus dieser Presse nehmen, das Material hat sich umgeformt, hat sich verändert, hat eine neue Struktur, neues Material bekommen. Das nimmt uns den Druck ab. Steine aus dieser Gegend heisst auch, beenden, loslassen, Neuanfang. Bereit sein für den Neuanfang. Da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe eine ganze Weile, einige Stunden, habe ich gebohrt. Da habe ich so Anhänger, so Anbänder gemacht. Und irgendwann kam ich zu dem und als ich am Bohren war, auf einmal floss die ganze Verspannung, die ich bis dahin aufgebaut habe, floss wie so Honig ab. Und dann habe ich es angeschaut und dachte, ah, Glaucofam, das ist noch interessant, der löst so auf, entspannt, weil er unter Spannung war, kann er es auch entspannen. Und der, ja, gerade der hier, der blaue, das ist der hier. Ich habe jetzt den grünen, ja? Genau, ja, das ist der blaue, der gibt wunderschöne Farben. Und die gibt es, ja? Ja, die gibt es, die haben wir im Fullweepass oben gesammelt, das ist auf 3100 Metern. Da gibt es ganze Gesteinsblöcke, die sind so große wie ein Auto. Konnten wir nicht mit denen unternehmen, aber wir haben natürlich unsere Rucksäcke gefüllt mit solchen Materialien. Und es gibt eben dieses schöne, dieses schönes, das Blau vom Blauschiefer und die roten Punkte, das sind alles Granate drin. Und was sind jetzt die Eigenschaften von diesem Stein? Also einerseits er löst auf, also eben unter Druck zu arbeiten. Er hilft eigentlich in dieser Situation beständig zu sein und die Energie zu haben. Und also der Granat, der gibt auch viel Energie, der erdert auch, das ist ein Energiestein. Und der Granat ist nicht nur ein Energiestein, es ist ein Krisenstein. Also nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten kam der Granat. Das hat schon so eine befreiende Energie, ich fühle so, irgendwie so. Du fühlst dich, du fühlst dich wie, wenn du auf eine Insel gehst mit dem Granat, und du bist auf der Insel und das andere ist um dich herum. Das ist ein Inselsilikat, es fühlt sich an wie auf einer Insel. Du siehst hinunter, aber du hast eine Freiheit, die der Granat gibt. Also da sind Mineralien herausgeflossen. Ich sage immer, wenn rote Mineralien herausfließen, da ist sicher auch viel Eisen drin, gibt es einen roten Stein wie der Granat. Wenn blaue sind, gibt es ein Distirn oder der Staurolit. Aber der Granat hier ganz speziell. Einfach aus der Krise hat sich etwas Neues mineralisiert. Und das ist ja, was wir immer durchmachen im Leben. Jede Krise ruft nach Veränderung. Ist es dann auch so, wenn ihr dann auch eure Zeit verbringt, dass man dann auch so dieses befreiende Gefühl hat? Das habe ich allgemein, wenn ich wandern gehe. Das ist nur schon der Prozess, da wandern. Aber ich finde, das hat eine andere Energie. Vielleicht kannst du es, wenn ich im Schwarzwald wandern gehe, habe ich eine andere Energie, wie ich im Zermatt bin. Eis? Schwarzwald ist Eis. Schwarzwald ist sehr schwer, so gut. Das ist klar. Da kommt nicht dieses, wie in Zermatt, dieses Uff. Ja, Zermatt ist auch sehr... Afrika. Ja, Afrika, und das ist auch alles so offen und so hoch. Ja. Also du kannst über alles hinweg schauen. Und im Schwarzwald, da hast du auch noch viele Wälder. Ja, man hat schon auch diese Anhöhen. Ja. Aber nicht dieses Gefühl von Befreitheit. Die Freiheit fehlt ein wenig, ja. Schwarzwald ist Starterstein. Das ist primär. Das heisst, wenn du ein neues Projekt anfängst oder anfangen willst, du brauchst Ideen. Du musst etwas gebären. Also da ist eine Idee, eine... Ich sage, jeder Gegenstand, auch das Glas. Am Anfang war die Idee. Und wenn du eine Idee hast und diese durchsetzen willst, gehst du in den Schwarzwald, nimmst du Granit. Das sind Startersteine, die dir helfen, in diese Energie zu kommen. Aber hier haben wir das Produkt schon fertig und müssen zum Teil Abschied nehmen oder eine neue Lebensphase gehen. Und ich sehe das so. Ich sage, eine Lebensphase bei uns, primär wie im Schwarzwald geht, bis 28 Jahre war es die da wohl. Da bist du in der primären Phase. Das heisst, wenn du Feng Shui an schaust, bist du zuerst Element Holz, das wächst. Und nachher wirst du zum Feuer. Und ich kann bei dir auch sagen, dass du um 28 bis 32 hast du eine Riesenwandlung gemacht im Leben, dass es immer so war. Da bist du wild. Die ersten 28 Jahre bist du wild. Und nachher geht es in die Beständigkeit. Dienen, also da hast du Beruf, Familie, Kinder durchbringen. Und ich bin natürlich schon in der dritten Phase. Was ich mag, loslassen, beenden, Abschied nehmen und aus dem, was die Krise hervorgebracht gebracht hat, Früchte nehmen, für mich weiter. Und eben, ich brauche da nicht mehr etwas Neues zu erfinden. Es ist alles da. Und das macht der Stein. Was da ist, ja, es gibt da Leute, die ich kenne, die haben ihr ganzes Haus. Von den Kindern noch alle Kleider. Die Kinder sind gegen 40, sie haben noch Schulhefte, Zeichnungen, Kleider, alles noch da. Mamma mia, wie können die in eine andere Zeit gehen? Und dieser Stein hilft uns, da wegzugehen. Ah, das Alte loszulassen. Das Alte loszulassen. Bereit sein für Neuanfang. Müssen wir immer. Und wir brauchen solche Sachen. Und als der Stein so viel auslösen kann bei Leuten, wusste nicht mal Michael Ginger vor 20 Jahren. Er hat ja gesehen, wie Leute denen die Hand nahmen und dann gleich, wie sagen wir, Hühnerhut bekommen haben. Die hat es durchgeschüttelt, die kräftigsten Männer. Und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, du dich da frei fühlst, dich da wohl fühlst. Es ist so, wenn man da in die Höhe geht, hey Leute, ihr seid nicht mehr in Europa, ihr geht auf afrikanischen Boden. Und der Boden, der unter euch wächst, prägt euch. Der strahlt ja aus wie ein Magnet, bringt er seine Schwingung hoch. Und die ist immer frei. Ich habe auch das Gefühl, dass man, ich kann natürlich auch mit dem Höhentraining zusammenhängen, aber dass man so extrem entgiftet auch, also so klar wird, auch die Menschen, die dort leben, sehe ich auch immer wieder, die haben eine super Regeneration, eine Leistungsfähigkeit. Auch die Alterungsprozesse sind nicht so. Ja, das ist so. Also was hast du da so festgestellt? Also das sehe ich auch so, also die Klarheit da oben, das ist wirklich, also nur schon von der Aussicht und von den Steinen, ich glaube, das ist auch, ja, das macht er auch erklärt auf. Ich meine, wir sind ja dort auch am höchsten Punkt in Europa. Ja. Das ist ja auch ein ganz, was ganz Besonderes irgendwie. Man schaut ja da auch bei dieser Aussicht auf den Mont Blanc, wo man denkt, ah, brutal. Ja. Das ist so. Und wie die Steine dann wechseln, da haben wir noch Serpentin auf der matter Seite und nachher hat es nichts mehr von Serpentin auf der anderen Seite. Also da ist schon eine extreme Schnittstelle da von diesen, was soll ich sagen, Kontinentalplatten. Und ich war ja mit Dr. Stucki ein Jahr vorher in Tessin, da stehst du mit einem Fuss auf Europa und mit dem anderen auf Afrika. Das ist unglaublich. Dann hast du auf dieser Seite 80 Millionen Jahre alte und auf der anderen Seite 220 Millionen Jahre alte Erde. Das sind so riesige Unterschiede. Du kannst die Zentimeter genau aufmachen und ich sage immer wieder, der Untergrund prägt das Volk. Schaut euch den Italienern an. Wir Schweizer gehen zur Arbeit. Wir arbeiten. Wir krüppeln. Vielleicht haben wir noch Zeit für die Freizeit. Vielleicht. Und der Italiener, ja, Dolce Faniere, ja, machen wir mal. Es kommt schon. Der Italiener passt nicht in ein europäisches Gebilde. Wenn wir die Schweiz anschauen, den Osten, er ist kein Portugiese, er ist kein Franzose. Er ist frei, er ist ganz ein anderer Mensch, ein fröhlicher Mensch. Azzurro, das ist das Schöne. Die leben mehr. In Zermatt geht es ja hinten nach Italien. Das ist schon Italien. Ist das dann auch auf afrikanischen, tektonischen Platten? Also quasi der Italiener, der auf afrikanischem Boden lebt. Das wissen sie nicht. Ich sage immer, die leben ja wie Afrikaner. So, also sprungmäßig. Die leben ja wie Afrikaner. Also, die haben eine höhere Lebensqualität, wenn sie auch weniger haben. Sie haben das im Herz und Blut. Weil sie es geniessen. Und die sind uns voraus von dem her, sage ich jetzt. Das sehen wir schon im Tessin. Da sieht man, wie die Leute anders sind. Wie du siehst, wie das bei dir weggeht. Also, der Körper stößt sich das ab. Der Untergrund, du wirst durchdrungen von diesem Loslassen weg. Und der Körper macht, er macht das einfach. Und vor allem, wenn du über vier Tage da bist. Am vierten Tag bist du voll in seiner Energie. Und dann bist du da. Aber vier Tage musst du bleiben. Und nachher kommt die Erholung da. Aber schon da raus. Und einfach, das ist wie wenn du auf eine Insel gehst, das alles Wasser um dich rum und Freiheit. Oder nicht? Ja, ich empfinde es auch so. Die sind da hochgestiegen. Ich habe die Energie nicht mehr, das 700 Meter aufzusteigen und nachher noch mit 30 Kilo Steinen runterzukommen. Aber diese Schlepptiere von Menschen, die sind da wirklich hoch und haben das. Aber es macht ja auch Spass. Da sammelt man solche Steine. Zuerst sieht man nicht so richtig, was kommt da eigentlich raus. Man sieht ein bisschen das Rote, das Blaue. Und da fängt man an zu schleifen. Das ist nicht ein Kindgebären, aber man schleift eigentlich die Seele raus. Und dann poliert man das. Das ist so ein bisschen ein Prozess im Leben. Und um so eine Größe jetzt selber zu schleifen, tust du den dann klein machen in verschiedene Größen? Ja, genau. Entweder mit dem Hammer. Also gewisse Steine bieten sich an, wenn sie eh schon schiffrig sind. Dann kann man sie schlagen. Oder dann mit der Säge mache ich sie klein und nachher schleife ich sie auf der Maschine. Wäre das jetzt so ein Stein, den ich auch mit mir tragen könnte? Ja, in der Größe vielleicht nicht so bequem. Ja. Also ich empfinde den aber schon, dass der schon sehr renitent macht. Also so puff. Also wenn mir jetzt jemand blöd kommt und ich den so bei mir habe, dann spüre ich schon, dass ich dann nicht lange mit mir diskutieren lasse. Ja, du hast dann den Stein in der Hand. Ja, weißt du von der Energie? Hast du mal einen Italiener gesehen, den du beeinflussen kannst, der schweigsam ist und sich zurückzieht? Mhm. Stimmt. Das kommt... Ja. Also machen wir... Du machst jetzt eine italienische Sendung. Ja. Das ist so. Du wirst... Ja, ich lasse mir... Also wenn ich den in der Hand habe, lasse ich mir nichts sagen, ja? Dann... Ja. Und wenn dann jemand kommt und was von mir will... Genau, das soll man... Nee. Das soll er machen und das können wir damit bewirken, ja? Mhm. Dass du ja nicht in deiner erzogenen Energie lebst, in deiner industriellen Energie. Eine unterdrückende Liebseite. Ja, nicht... Nee, das... Es kommt hoch. Ja. Ja. Ich bin und ich lasse mir das nicht bieten. Das ist so... Das müsst ihr eigentlich mehr machen. Ja. Leider sind wir immer noch... Die Gesellschaft, die Frau wird immer noch zu viel... Ja klar, du hast halt gelernt, ein liebes Mädchen zu sein. So. Weib, schweig, heißt der früher geheißen. Weib, schweig. Und das ist noch vielmals drin und wenn wir sehen, wie es andere Länder vorleben und die Frau ist einfach das höchste Lebewesen, was wir haben. Nur sie kann Kinder gebären, Kinder heranwachsen lassen und die Männer wollen diese Vorherrschaft nehmen und wir sehen ja Staaten im Osten, die die Frauen verdrängen, die verlumpen, die verarmen, also eine Frau verbieten, in die Schule zu gehen. Aber das rächt sich jetzt selber und das finde ich so. Extrem, ich habe ja viele Ausbildungen gemacht und ich war... Wir waren ja nur 10% Männer in der Schule auch, das weisst du, Bruno, oder? Einer war ich, ja. Auch Unterlehrer. Unterlehrer. Ja. Und da, wenn er Probleme hat mit dem weiblichen Wesen, dann musst du nicht auf den Job, dann bist du nicht in der Mitte oder dann wertest du jemanden ab. Und das macht der Stein, lässt das auch nicht zu. Und ich sage einfach, ja, die Frauen einfach müssen mehr aufstehen. Sie sollten mehr aufstehen und... Ja, da ist der auf jeden Fall mal... Also den habe ich auch, wir haben den ja in der Schule verrieben, zum Hypertischen Mittel. Ja, was passiert denn da? Bei einer Verreibung muss man den Zuschauern noch erklären, dass man auch in persönliche Wachstumsprozesse selber kommt bei dem Verreibungsprozess. Genau, es ist ein bisschen wie beim Schleifen. Ja. Ja, es schleift, es reibt, also da wird die Energie freigesetzt. Und bei mir war es auch so, an einem Mal, da wurde ich richtig wütend. Dann wurde ich, na, eben das mit dem Ausschlagen. Wenn da noch jemand kommt und dich festhält, gell so? Ja, dann... Ja, ja, das habe ich gerade auch gemacht. Und der wiederum, also der ist wie so extreme Entgiftungsprozesse, also schon so ein bisschen wie dann auch Kopfweh, wie man hat, wenn man von Kaffee Entzug... Ist der bleiblich, oder wie ist der? Na, das ist der... Das Grün geht über die Leber. Also der ist so ein richtiges Entgiftungsding, oder? Ja, ja, genau. Ja, also da, wenn ich den in der Hand habe, habe ich auch so wie so einen ganz leichteren Kopfschmerz, den ich kenne beim Fasten. Weisst du, wenn du dann so... Das sind, also Schmerzen sind immer Rückstände, die zurückbleiben, ja, so Vergiftung. Also Fasten heisst auch immer Entgiften. Und wenn du auf Bieg und Brechen eine Diät machst, und die Leute, die auf Bieg und Brechen eine Diät machen und dann sagen, ich habe fünf Kilo abgenommen in einem Monat, leiden dann unter Vergiftungserscheinungen, weil der Körper kann das Gift nicht ausleiten. Also ist allgemein heute so, wenn man so viel Gifte auf durch die Luft, und auch durch die Kleider. Die meisten Gifte nehmen wir durch die Kleider auf, das wissen viele gar nicht. Und die Leber kann das nicht. Wir haben ja auch Steinmehl, das man einnehmen kann und so. Das beschleunigt, ja. Und der Stein? Den ich jetzt hatte? Da kannst du den hier noch, da ist so eine Mischung zwischen dem Blauen und dem Grün. Okay. Also ist das auch der Stein, den du damals mal in so eine Öl, Olivenölflasche reingemacht hast, um die Leber? Nein, das war Perigot. Ah, okay. Das fand ich ja auch ganz spannend. Das hat zwar was anderes Sinn. Ja, mhm. Aber du kannst nachher noch der... Boah, der ist schon... Also für mich ein bisschen unangenehm. Er kribbelt ein wenig, ja. Ist das eine Logik? Nein, nein. Den muss ich jetzt hin. Aber so ein bisschen die Mischung dazwischen. Aber auch wieder so entgiftungsmässig. Aha. Wir wollen ja nicht, dass du giftig bist bei uns. Nein, entgiftung ist ja gut. Nein, nein. Jetzt kommen wir noch zum Alain Cabreau. Den Film, ja. Du kennst ja Zermatt und vis-à-vis von Zermatt ist ja noch Saas Fee hinter dem Hügel. Und die haben das Alain Horn. Und das Alain Horn besteht aus diesem Stein. Was sagst du? Der ist Zech. Bruno, was sagst du? Also ich finde ihn super schön. Also der hat auch wieder die roten Granate. Und dann eine Mischung. Ich sage immer, es ist eine Suppe aus verschiedensten Mineralien. Ja, da fühlt man sich wieder erhaben, erhoben, über den Dingen stehend. Also so ein... Er ist... So herzöffnend, also das Grüne. Er ist zum Ausbrechen aus festgefahrenen Strukturen, dieser. Gell? Lässt dich da rausgehen. Also quasi auch... Also ich nehme so wie... Ich kann das jetzt aus einer Adlerperspektive betrachten. Ich bin nicht mehr im Thema drin. Fliegst darüber. Ja. Oder du hast so eine Draufsicht. Du hast auch weisse Anteile drin. Ja? Da oder da? Ja. Das ist weisse Jade. Und das Grüne ist ja auch im Bazit, oder? Wo es verschiedene Dinge hat. Der ist entstanden einfach durch... Das ist ein Ekologit. Vor 183 Millionen Jahren. Und das ganze Alalinhorn besteht aus dem. Und Leute, ihr müsst nicht auf das Alalinhorn gehen, den Stein zu suchen. Geht runter nach Matmark. Wo die Becher runterkommen, die Flüsse. Und wenn ihr da im Malis hochfährt, also nicht auf Zermatt hoch, sondern bis hinter zum Matmark, findet ihr ganze Mauern mit diesem Stein verbaut. Also das ist ein Stein, den finde ich bei uns noch im Aargau. Der wird vom Malis über x-hunderttausend Jahre bis in den Aargau getragen. Und den findet man da, weil er so zäh ist. Wenn er Kalk wäre, wäre er schon lange vermahlen, aufgelöst. Der ist so zäh. Als ich zum ersten Mal mit dem Spitzeisen da aufspitzen wollte. Spitzeisen wurde immer breiter. Die sind so, dass ein Kettensilikat. Das ist unglaublich zäh. Und ein Stein, der so zäh ist, der kann mir ja auch helfen, zäh zu sein im Leben. Und der ist für mich als Schweizerin ein toller Stein. Ja, weil da ist ja auch so dieses eigene Denken, oder? Dieses, mir kann keiner mich manipulieren. So irgendwie nehme ich das wahr. Ja, die Weisheit vom Ding, ja. Also, ja. Ich sage Weisheit. Die Kombi ist natürlich auch heftig, gell? Der Ellenbogen und hier. Ja, genau. Früher hat man dem auch Smaragdit gesagt, weil man dachte, ja, das sei Smaragd. Aha. Und das ist natürlich leider nicht so, sonst hätte ich da einen schönen Stein. Aha. Aber, ja. Wie geht es dir beim Schleifen? Die sind ja verdammt zäh, sozusagen. Ich finde den super schön zum Schleifen. Ich weiß nicht. Ich finde den jetzt nicht so zäh zum Schleifen. Ja. Eben, dann muss ich, ich gehe jetzt auch wieder mal schleifen. Ich habe ja mal keine Maschine, aber ich gehe wieder mal hin. Nehme ich mal den mit. Es ist mein Lieblingsstein da, ja. Ja, weil es gibt Seminare, wo man diesen Stein nimmt, dass die Leute herauskommen aus ihrer Energie und in die neue Welt eintauchen können, ja. Und der ist eben so 180 Millionen Jahre, ist doch schon ein gutes Alter und er ist auch nicht mehr radioaktiv und hat die verschiedenen Farben. Und die Zusammenstellung, ich finde ihn top. Und das ist jetzt hier. Das ist noch Actinolid. Das findet man auch im Pulverpass oben. Actinolid. Und das ist interessant. Actinolid besteht aus Nadeln, so grünen Nadeln. Oder? Ja, eigentlich ist das ja Asbest. Kann sein. Kann sein. Kann Asbest sein. Und wenn der zusammengepresst wird, dann gibt es Jade. Und das macht dir jetzt beim Schleifen nichts aus? Also bei dem lege ich schon eine Maske an, einfach weil es von den Fasern her ist. Ich wollte gerade sagen. Also es ist so, es wird immer ein Geschrei gemacht. Asbest, Asbest, Asbest. Aber wir haben in der Schweiz eine Aufsichtsbehörde und die heisst Suva. Und die untersuchte diese Minen. Und es gibt Minen, die wurden gleich geschlossen, als wir die erste Untersuchung machen, weil die Asbestwerte zu hoch waren. Heute gibt es keine Minen, die Actinolid abbauen oder so, wo Asbest... Asbest dabei ist. Und Asbest entsteht erst, wenn es staubig wird. Also wenn er schleift, hat er immer Wasser. Da passiert nichts. Also kann man so sagen, ja. Das sei natürlich auch der Wasserstaub. Den atmet mich ja trotzdem ein. Also von dem her, ja, ich ziehe eine Maske an, einfach, dass ich in der Lunge habe. Und wir dürfen sagen, ja, bei uns sind wir übervorsichtig. Wenn ihr nach Afrika geht, da werden Malachite geschliffen. Das kennt ihr alle. Malachite sind schön zum Schleifen, aber die Schleifen in Afrika, die werden durchschnittlich 35-jährig. Verdienen daher Geld. Und das will man natürlich nicht haben bei uns. Aber der Actinolid ist relativ weich, lässt sich gut verarbeiten und wird auch als Stein getragen da. Aber ist ein ganz schwacher Jade, Jade, kann man sagen. Also es ist wirklich schwach. Überall, wo du eigentlich Serpentin findest, außen, die Schale ist meistens, aus Actinolid, da findet man ihn ja. Also in den Bergen da. Und du sagst, auf dem Pulverpass hast du ihn auch. Da hat es auch ganze Blöcke. Super. Das sind so. Haben wir die, ja, haben wir alle durch? Also einer haben wir noch, das ist im Prinzip ja auch wieder der Granat, aber im Glimmerschiefer, oder? Das sind einfach, der Schiefer ist ja einfach plättchenweise. Und der ist natürlich wunderschön, einfach von dem Schiefer, der glimmert so schön. Und wenn du einen Schiefer hast, Schichtsilikate sind immer, der Schutz ist da noch dabei. Schutz. Schicht ist Schutz, ja. Aber wenn du da hochgossst, also ich dachte, du bist auf dem Mars, wenn du da oben durchläufst. Die haben, also jetzt sind wir da doch, du hast so viele Steine, gell du? Ja, der Rucksack ist so klein. Da hat einer so ein, Entschuldigung, seine Fliesen weggeschossen auf 3000 Meter. Da komme ich lauter so viereckige Blättchen. Aber die hat die Natur erschaffen. Das war ein Quarz. Also das ist ein Steinparadies, nur zum Sagen. Also dahin, sich da breitgeben oder das mitnehmen und die zu Hause aufstellen, gell, Bruno? Das ist, du bist in der Energie. Dann mache ich das jetzt. Hast du dein Stuhl? Ja, ich bin ja, glaube ich, nächste Woche, dann nehme ich einen Rucksack mit. Ich würde nicht so grossen Rucksack mitnehmen. Ja, das ist, ja, einfach, wir leben in einem kleinen Paradies in der Schweiz mit so vielen Mineralien. Das hat kaum ein Land in Europa. Bei dem kommen viele dahin, ja, wenn sie das finden, ja, und es erschlossen ist, ja, dass du in wenigen Minuten auf 3000 Meter bist, ja. Ja, wunderschön. Vielen Dank für den tollen Einblick wieder. Und ja, dann viel Erfolg beim Weiterforschen. Und ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Danke, euch beiden. Liebe Zuschauer, ja, das motiviert auch mal wieder in die Berge zu gehen und mal mehr wieder den Fokus auf die unterschiedlichen Steine zu werfen und auch zu fühlen, was machen die eigentlich mit mir und vielleicht den einen oder anderen auch für zu Hause nehmen als Schutz oder Unterstützung. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.